Wie ist die Neuausrichtung der Studienphase an der Führungsakademie der Bundeswehr? Die Neuausrichtung der Studienphase an der Führungsakademie der Bundeswehr bietet eine große Chance. Circa 100 humane Hochleistungsprozessoren, wenn Sie so wollen, können sich einem Thema widmen, über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren, können dabei sehr in die Tiefe gehen, neue Aspekte beleuchten. Für den 2017er Lehrgang bestand eine besondere Herausforderung darin, dass es zum einen ein sehr aktuelles Thema ist mit der Nationalen Führungsorganisation für Landes- und Bündnisverteidigung, auf der anderen Seite aber gerade aufgrund der Aktualität ganz viele Staatsbürger mit und ohne Uniform eine Meinung dazu haben. Das war ein großer Reiz und natürlich aber auch eine große Herausforderung.